Wie können wir in der Produktionsplanung nicht nur heute, sondern auch in Zukunft noch effizienter werden? Magna fertigt am Standort Graz Fahrzeuge für viele verschiedene traditionelle OE1. Als einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Gesamtfahrzeugentwicklung und Fertigung liegt unsere Herausforderung im Bereich Produktionsplanung und Logistik in der steigenden Komplexität. Als wir IpoLock auswählten, wussten wir bereits, wohin wir wollen. IpoLock war Vorreiter im Bereich des digitalen Zwillings und ihre Software überzeugte uns mit ihrer Komplexitätsbewältigung. Wir bieten Unternehmen eine All-in-One-Plattform zur digitalen Planung, Simulation und Visualisierung des digitalen Zwillings. IpoLock hilft uns bereits in der Planungsphase, die Materialanstellung wie auch die Laufwege unserer Produktionsdienst optimal zu gestalten. Die Software ermöglicht eine bessere Planbarkeit und Transparenz in der Schopfler-Ebene. Wir können jetzt endlich potenzielle Engpässe und Herausforderungen identifizieren, Prozesse und Ressourcen optimieren und schneller auf Veränderungen reagieren. Als Beispiel kann man den Materialfluss in Echtzeit überwachen und bei Bedarf anpassen, um Produktionsunterbrechungen zu vermeiden. Die visuelle Darstellung hilft uns rasch, Optimierungspotenzial zu erkennen, wie zum Beispiel die freien Regalplätze und Stellflächen, die für die zukünftige Planung sehr wertvoll sind. Die Vision war im Sinne der Factory of the Future, die Produktintegration in der Montage ganzheitlich besser planen zu können. Die Bereiche Prozessplanung, Materialanstellung und Materialflow der Logistik verschmelzen jetzt und bringen uns mehr Flexibilität und Nachhaltigkeit. Ich freue mich, dass Magna Montage und Logistik im digitalen Zwilling optimal gestaltet. Und das bei einer gigantischen Komplexität von vielen verschiedenen Fahrzeugherstellern gemeinsam auf einer Linie in einem Werk. Und das begeistert mich auch nach vielen Jahren der kooperativen Zusammenarbeit immer noch.